Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play... Ich will die ganze Zeit Minecraft sagen, das macht ja Gewohnheit. Zu Let's Play Portal. So, wir sind jetzt schon in Testkammer 12 und wenn es wirklich nur 19 gibt, dann... ...habe ich das Gefühl, dass es... Bereit, machen zum Rausschleudern. Beinahe hinaus in den Rauf. Okay. Also, das klingt sehr gut danach, dass wir dringend mal abhauen sollten. So wie dieser Roboter oder Computer oder was auch immer klingt. Am besten machen wir ganz schnell diese Kammern und hauen ab. Ähm, schätze mal, wir müssen einfach nur das gleiche wie eben machen und einfach hier fallen lassen. So. Ah, ich weiß schon Bescheid. Ich weiß schon Bescheid. Trallalli. Uiuiui. Hä? Oh, sch... Oh. Ah, da ist der Kubus. Einmal hier Platz. Ist hier ein Schettich? Und das ist auf. Also, ich finde die Rätsel sind ja echt hier nicht so wirklich schwierig. Wir... Hilfe? Ey, ich habe langsam echt Bedenken, dass wir hier irgendwas bekommen oder dass es als Hilfe weiterhilft. Street, du hast uns hier hingeschickt. Ich gehe nie wieder mit dir saufen. Oder war ich mit Trivolo saufen? Oder war es doch Baker? Scheiße Alzheimer-Gelächnis. Oh Gott, ich will hoffen, dass wir hier schnell rauskommen. Aber das ist recht gut, finde ich. Dieses Design. Also diese Grafik und auch hier dieses Spielprinzip. 13. Da sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn ihnen schildlich wird vor Durst, kippen sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird sie mit Magenmitteln und Adrenalin wieder belieben. Kann man nicht einfach was zu trinken geben? Oder wenn sie auch keinen Kontakt geben, sollen Mitarbeiter über die Schleuse wenigstens oder so. Aber wir sind schon in Testkammer 13. Das heißt, es gibt nur noch sechs Kammern. Okay. 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 Dann setzen wir das erstmal da hin. Damit das hier aktiviert wird. Okay. 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 Dann ist das aktiviert. Dann versuchen wir nochmal da drauf zu springen. Und wir haben hier einen Kubus. Aber auch nur einen. Na? Kommst du? Danke. Oh, ich weiß nicht, ob du so gesund ist. Okay. Okay. Das ist aktiviert. Aber wir brauchen beide. Kann man einfach jetzt. Da. Kann ich das nehmen? Ah. Ne. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Was denn auch noch jetzt? Den Würfel hier nehmen. Was ist das? Orangene? Sehr schön. Und das setzen wir dann dahin. Weil wir das auch noch dahin setzen, dann sind wir auch hier fertig. Sehr schön. Habe ich gut gemacht? Habe ich? Habe ich? Habe ich? Habe ich? Fein. Wichtiger Testarpa hat zerstört. Warte mal. Was passiert eigentlich, wenn ich das finde? Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie vermissen. Vermissen? Was? Wenn... Hä? Wie? Muss ich nicht durchstehen, oder? Wie vermissen? Das wird mir hier sehr suspekt. Okay, Testkammer 14. Ach du Scheiße. Achtung. Achtung. Ist das ein Kuchen? Ein Kuchen? Wir weisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hochenergie-Portal-Technologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Okay, okay. Okay, da oben ist ein Kuchen. Kommt das wieder rauf? Nein. Oder müssen wir das... Oh! Ich habe schon jetzt quasi ausgefunden, was ich machen muss. Wenn ich das jetzt so machen sollte und dann hier... Dann kann man wieder diesen Torpedo-Effekt nennen. Wir müssen jetzt mal, dass wir hier reinfallen und auf der gleichen Geschwindigkeit hier rauskommen. Ach, jetzt kommt es natürlich wieder. Boah, ich muss doch ganz ehrlich sagen, dass hier diese Atmosphäre, dass wir noch keine einzige Person gesehen haben, nur diesen Roboter, ist schon noch ein bisschen selber unruhigend. Okay, Roboter kann man in den Computer... Okay, wo ist die Herausforderung? Tatsächlich noch bis genau wann? Oder so. Ah, ah. Ich verstehe. Nein! Hä? Ach, das ist... Das ist eine giftige... Das ist eine Säure oder sowas! Ach, du Scheiße! Ähm... Ah! Ah, okay, wir starten wenigstens jetzt hier. Okay. Warte mal, wenn wir es schlau machen... Blaue Portal... Okay. Das Blaue Portal muss dann... Da hin! Wirklich, sehr, gut! Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Yay! Siegeslift! Juhu! Geschafft! Juhu! Sieg! Victorio! Victoria! Victorio! Zunrotz! Aber trotzdem... Ich weiß immer noch nicht, was wir davon haben. Ich weiß echt nicht, was uns das bringen soll. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen- und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, Ihnen zu helfen. Okay. Ah, ein kleines... Die Kamera mache ich erstmal kaputt. Wichtiger Testapparat zerstört. Wichtiger Testapparat zerstört. Wichtiger Testapparat zerstört. Kamerascheu! Errungenschaftsvortritt. kamerascheutel von 33 ok da würde ich sagen wir sind schon bei den fünf sekunden in zehn minuten angekommen beende ich jetzt hier wieder die folge welche folge fallen abkippt daumen nach oben wenn nicht anmerkung kritik alles in die kommentare wir machen dann beim nächsten mal bei portal diese kammer weiter und mal schauen vielleicht haben wir schon bald das projekt vorbei ich würde es irgendwie nicht hoffen dass das so schnelles durchstand ist aber gut ich würde sagen ich mache kurz ein pinkelbäußchen und wir sehen uns dann morgen wieder bis dahin tschüss